Er ist 30 Jahre alt, als er verhaftet wird. Statt seinem Namen trägt er die Nummer 26147. Vier Jahre ist er in der Hölle von Dachau. Um kranken Mithäftlingen im Konzentrationslager zu helfen, opfert der Priester sein Leben. Pater Engelmar unzeitig, er stirbt im Alter von 34 Jahren als Märtyrer der Nächstenliebe. Pater Engelmar hat uns ganz klar gezeigt, dass unser Glaube auch ein Auftrag ist, den wir erfüllen sollen, egal unter welchen Umständen. Und er hat uns gezeigt, dass man ihn erfüllen kann, egal unter welchen Umständen. Geboren wird Pater Engelmar am 1. März 1911 in Greifendorf in Ostmeeren als eines von sechs Kindern einer Bauernfamilie. Huber zu Engelmars Taufnahme ist der einzige Junge unter den Geschwistern. Schon als junger Mann ist das Verlangen groß, Priester zu werden. Er meldet sich mit 17 Jahren bei den Missionaren von Marian Hill im bayerischen Reimlingen. Dort macht er 1934 das Abitur, schließt sich der Gemeinschaft an und beginnt ein Philosophie- und Theologiestudium in Würzburg. Am 6. August 1939 wird er zum Priester geweiht. Nur wenige Tage nach seiner Primiz bricht der Zweite Weltkrieg aus. Pater Engelmar arbeitet als Seelsorger. Es sind harte Monate für den Neupriester. Die Nationalsozialisten sind in dieser Zeit bestimmend. Dann berichten andere, die ich auch selber noch gekannt habe, dass er sich eher unkritisch gegenüber Hitler geäußert hat. Sogar manche Sympathien gezeigt hat, die daraus zu erklären waren aus dem Hintergrund seiner Heimat. Aber je länger er die Sache beobachtet hat, je weiter er auch selber gereift ist, hat er dann das Böse im Dritten Reich durchschaut und auch seine Meinung sehr radikal geändert. Weil er unbeugsam an seinem Glauben festhält, wird er im Jahr 1941 verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau gesperrt. Dass hier ein relativ junger Mann, der nur kurze Zeit als Priester außerhalb des KZs hat wirken können, so konsequent den Weg gegangen ist und gesagt hat, ich stehe nicht nur für meine Überzeugung ein, sondern ich lebe in einer Extremsituation den Auftrag der Nächstenliebe. Die folgenden vier Jahre sind die Hölle. Dennoch wächst Pater Engelmar über sich hinaus. Er reift zum begnadeten Seelsorger. Pater Engelmar muss ganz fest verwurzelt gewesen sein in seinem Glauben und vor allem in seinem Vertrauen in Gott. Denn scheinbar hat ihn diese menschengemachte Hölle eines KZs, diese Idiotie des Regimes und diese Willkür, sie hat ihm wohl zugesetzt, aber sie hat ihm nicht das nehmen können, was der Grund seiner Hoffnung war, nämlich seinen Glauben und seine Verbindung zu Gott. Im KZ gibt Pater Engelmar Mitgefangenen jeden Tag etwas von seiner Essensration ab und bewahrt so viele inhaftierte Insassen vor dem Verhungern. Immer wieder versuchen die Nazis seinen Willen zu brechen. Er wird brutal von den KZ-Wachmannschaften geschlagen und misshandelt und das nur, weil er anderen hilft. Doch sein Glaube an das Gute ist stärker. Bis zuletzt denkt er nicht an sich selbst. Er hat gesehen, dass viele, vor allem russische Häftlinge im Dachau sind und er meinte ihnen einfach helfen zu müssen, ihnen ein bisschen Hoffnung zu geben in dieser Dunkelheit des KZs. Ende 1944 sind über 63.000 Häftlinge im KZ Dachau und in den dazugehörigen Außenlagern. Die katastrophalen Lebensbedingungen führen zum Ausbruch einer Typhus-Epidemie. Pater Engelmar meldet sich freiwillig zur Pflege der Kranken in den Typhus-Baracken von Dachau. Hunderten von Todkranken spendet er die Sakramente, bis er sich selbst bei Mitgefangenen infiziert. Am 2. März 1945 stirbt Pater Engelmar. Acht Wochen später werden die Überlebenden von den Amerikanern aus der Hölle von Dachau befreit. Die Asche von Pater Engelmar wird aus dem Konzentrationslager geschmuggelt und nach Würzburg gebracht. Seine letzte Ruhe findet er in der Marian-Hiller-Herz-Jesu-Kirche. Das ist einer von uns, der in einer recht schwierigen Zeit seinen Glauben bis zur Hingabe des Lebens gelebt hat. Und der ist für uns heute wahrhaftig nicht nur ein Hingucker, sondern einer, der uns auch pickt, dass auch wir mehr Mut haben sollen, in dieser Zeit unseren Glauben öffentlich zu bekennen. Pater Engelmar unzeitig. Mithäftlinge haben ihm den Namen Engel von Dachau gegeben. Denn gleich vom Zeitpunkt seines Todes an haben die, die ihn kannten, die mit ihm gefangen waren, gesagt, das war ein ganz besonderer, das war ein Heiliger, der unter uns gelebt hat. Sein Leben ist Liebe, Hingabe, Opfer. Ja, Gott braucht uns nicht, nur unsere Liebe, unsere Hingabe, unser Opfer. Ja, Gott braucht uns nicht, nur unsere Hingabe, unsere Hingabe, unsere Hingabe, unsere Hingabe. Ja, Gott braucht uns nicht, nur unsere Hingabe. Bis zum nächsten Mal.